Hi, mein Name ist Oliver Hugo, ich bin Fotograf aus Bielefeld, ich fotografiere gerne Menschen. Wir sind hier heute auf einem Dach in Bielefeld und das Licht wird später richtig schön werden, die Sonne wird tief stehen, wir werden schöne Gegenlichtaufnahmen machen können. Wir fotografieren heute mit Andi, den werdet ihr gleich sehen. Als Kameras habe ich dabei meine Leica M10 mit dem 35mm 1.4 Vogtländer, dann meine Leica Q mit dem 28mm 1.8 und als kleines Sahnehäubchen habe ich noch meine Leica Minilux dabei, die hat einen 40mm drauf und ich glaube 2.4, ja genau, 2.4 ist eine analoge Point-and-Shoot-Kamera und damit werde ich halt auch noch so ein bisschen nebenbei fotografieren und ja, ich freue mich total auf den Shoot und freue mich euch heute mitnehmen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020